Jetzt zu einer neuen deutschen Serie, die für Amazon Prime hergestellt wurde. Sie heißt Damaged Goods. Das ist ein Begriff aus dem Transportwesen, so wird es zumindest in der Serie erklärt, wenn Ware beschädigt ist. Und in diesem Fall ist die beschädigte Ware oder sind die beschädigte Ware fünf junge Damen und Herren, die in München wohnen. Nola, Mats, Henni, Tia und Hugo, die aus einem Grund und der Grund wird erst im letzten Teil der Serie enthüllt, eben schon seit sehr vielen Jahren zusammen sind. Die Serie beginnt direkt mit einem Voice-Over, also einer Erzählerin und zwar Nola. Sie ist nämlich eine Podcasterin seit Neuestem, ist von der Uni gerade geflogen, hat Psychologie studiert. Die Abschlussarbeit ist allerdings nicht gut angekommen, deswegen hat sie keinen Abschluss. So werden wir in diese Serie reingeworfen und wir erfahren auch gleich, dass sie den Podcast über sich und ihre Freunde und was die zusammen erleben, gemacht hat, ohne ihren Freunden davon zu erzählen, die dann natürlich früher oder später drauf kommen, dass es das gibt. Bei deutschen Serien bin ich, und das wissen Sie, wenn Sie häufiger hier mal reinhören in dieser Sendung, bin ich immer sehr skeptisch, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt sehr viele tolle deutsche Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure und was da alles dazugehört, um eine Serie zu machen oder einen Film, die es alle verdient hätten, etwas mehr ins Rampenlicht gerückt zu werden, weil sie tolle Ideen haben, weil sie Geschichten erzählen, die vielleicht so noch nicht erzählt wurden, oder es auf eine Art und Weise machen, wie man es noch nicht gekannt hat. Oder zwar Altbekanntes hernehmen, es aber so charmant verpacken, dass es mir wie was Neues vorkommt und dass ich Bock darauf habe, diesen Menschen, die ich nicht kenne, aber die mir gefühlt bekannt vorkommen, eben zu folgen. Und genau das macht diese Serie sehr, sehr gut, Damage Goods. Ich war skeptisch, als Paolo mir das empfohlen hat und habe dann reingeschaut und war allerdings schon nach den ersten zehn Minuten, war ich interessiert, weil es nicht die übliche deutsche Serie war, wie ich es bisher so häufig nicht anschaue. Sprich, dieser Sprechduktus, das stört mich ganz häufig bei deutschen Serien. Das sind halt alles, das klingt wie ein abgefilmtes Theater. Und es wirkt meistens unnatürlich, Menschen fallen sich so gut wie nie ins Wort, sie lassen sich immer ausreden, es wird alles super hochdeutsch ausgesprochen, da ist kein Platz für Dialekte, außer mal bayerisch vielleicht. Es wirkt halt einfach nie echt. Also ich glaube, den wenigsten Figuren aus deutschen Serien, dass sie real existierende, in Anführungszeichen, ist klar, das ist eine Serie, aber sie wissen, was ich meine, sind. Und diese Serie schafft es eben, mir diese Leute nahe zu bringen, weil die alle einen Hintergrund haben, mit dem ich in irgendeiner Art und Weise relaten kann, den ich nachvollziehen kann, wo ich sage, ja, ich bin bei dir in dieser Sache und ich verstehe auch, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Die Geschichten sind nicht innovativ, die erzählt werden. Jede Folge steht unter einem bestimmten Motto und wird dann eingeleitet von Nola, weil es eben auch wie quasi eine Podcast-Folge ist. Aber ich fand die Schauspielerinnen und Schauspieler extrem gut gecastet. Sophie Passmann ist Nola, also die Erzählerin, die den Podcast hat und die macht es sehr, sehr gut. An zweiter Stelle für mich steht Tim Oliver Schulz, den kennt man vielleicht aus dem Club der Roten Bänder, diese Vox-Serie um diese Krankenhaus-Klicke von jungen Leuten, die sich da anfreunden. Auch er spielt eigentlich eine undankbare Figur. Mats ist ein Schürzenjäger vor dem Herrn, springt von einer Affäre zur nächsten. Oh, das ist ja eigentlich keine Affäre, wenn man keine feste Freundin hat. Aber er verpackt es mit so viel Charme und auch so viel Ernsthaftigkeit, was dann im weiteren Verlauf der Serie nochmal eine Rolle spielt. Warum er eigentlich so ist, habe ich sehr gern zugeschaut beim Spielen, als auch den anderen. Also da fällt wirklich keiner ab, wie ich finde. Es ist jetzt kein Gag-Feuerwerk, das muss man auch noch wissen. Also es ist keine klassische Sitcom im Sekundentakt, dass da eine Pointe rausgehauen wird. Aber insgesamt war ich echt richtig, richtig begeistert davon, mal eine deutsche Serie zu sehen, die so ein bisschen in die Friends, damit wo das immer wieder verglichen Richtung geht, ohne aber sich allzu sehr anbiedern zu wollen. Für Menschen, die mal Bock haben, wieder eine gute deutsche Serie zu schauen, würde ich ihnen auf jeden Fall raten, da mal reinzugucken. Bei Amazon Prime, Damaged Goods heißt das Ding. Eine Staffel gibt es bisher mit acht Folgen und im besten Fall, wenn der Serien-Gott es so will, wird es davon hoffentlich nächstes Jahr auch nochmal eine zweite Staffel geben. Also Damaged Goods bei Amazon Prime. Die Donau 3 FM Flimmerkiste Die Donau 3 FM Flimmerkiste